Guten Tag meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein herzliches Willkommen an neue Episode dubioser Baustelle Bingo Show. Also heute Abend werden wir herausfinden Namen von vier unglaubliches Glückstädten in Deutschland, die ein Privileg, exklusiv Rockspektakel von internationalen Supergroup Dubiosa Kollektiv Gastgeber haben wird. Applaus, danke. Und nun einzuziehen, meine schöne Assistentin Conchita, Conchita, Conchita Hassan Begovic, helfen uns einige glückliche Städten zu bringen. Die erste Stadt ist... Und die erste Stadt ist... Die 15.4. Berlin. Berlin. Berlin, das schönste Stadt der Schweiz. Applaus, bitte. Zweite Stadt ist... Zweite Stadt ist... Zweite Stadt ist... Glücklichste Stadt ist... Siebzehnte, vierte, siebzehnte April, Ballinge. Siebzehnte, vierte, siebzehnte April, Ballinge. Ballinge, meine Damen und Herren. Dritte Stadt ist... Danke, Conchita. Dritte Stadt ist... Sechzehnte, vierte... Nürnberg. 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 Und jetzt... Die letzte Stadt... Addis. Die letzte, glücklichste Stadt ist Düsseldorf, für Düsseldorf. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist alles für heute Abend. Wir sehen uns wieder am nächsten Freitag am spektakulären dubioser Baustelle Bingo Show. Danke!